Hallo Leute und Willkommen zur nächsten Runde Techit und so da sind wir auf dem Weg runter nochmal in die Farm denke ich mal, ich denke mal nicht dass wir auf dem Weg nach oben waren weil ich habe nach dieser Richtung, ich habe in die Richtung runter gestanden als ich offline ging Hi Wie sieht es aus? Leer Ok, der ist schon ordentlich befüllt Aber der dreht hier schön seine Ründchen, ok Ich würde es noch mal sagen, wir holen gerade mal so das Erzzeug aus den Wänden So Die Wände werden nachher dann mehr oder weniger eh abgerissen Also Klimber, Klimber Oh Und Leute, ich muss euch mal sagen Ich bin, wir haben jetzt Moment, mein Wecker Ne, ich sehe es nicht Moment 5 Uhr 16 morgens Und ich bin immer noch wach von der gestrigen Gartenaktion Wenn ihr wisst, was ich meine Und die Artikulierung fällt mir noch recht schwer Ja Aber ich habe gedacht Ah Sonntag Wenn ich jetzt nicht aufnehme Wird ja keine Folge kommen Weil das ist immer Und da ich ja nächste Woche Von Montag Wow Bis von Montag bis Freitag Bis Freitag, Donnerstag Wenn man nicht da bin Also bei einem Kollegen werde ich jetzt ja nur ein bisschen vorproduzieren Also den Sonntag werde ich das so nutzen Ja Wenn ich mich recht erinnere Kommt Lego Marvel Oder? Ich weiß es gar nicht Oder? Lego Marvel oder Minigames Aber wenn ich das ja vorproduzieren Kann man das ja auch tun Und ich muss halt dann ab und zu was trinken Weil sonst sterbe ich einfach Weil Leute Manche von euch wissen bestimmt wie es ist Es ist hart Aber man ist ja herzlich Sechs Prozent UU-Meter Oh äh Wir haben auch Level 45 erreicht Dass wir ja so geglimpert gerade Kann man was trinken Und gerade unseren schönen Dirt und Gravel bewundern Ah Prost Ich glaube Ist glaube ich das erste Mal im Let's Play Wo ich kein Monster sondern jetzt Wasser trinke Ist schon krass Ah das ist Das frage ich mich die ganze Zeit schon Das ist Copper Das ist Copper Inget Wieso? So wir haben da nochmal einiges an Erd Jetzt Das Copper haben wir gerade mal den Macklord Rathoe Da an den Sag mal da bestimmt Uh 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 UhUh Uh 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 Hi Da müssen wir manches davon schon blockiersieren Muss man halt bald schon machen So hier irgendwas drin Na da 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 Ne auch net So Das ist fertig, das ist fertig. Das Thema wäre ja theoretisch Query aufbauen, aber das wollte ich mir eigentlich für die Folge 50 aufheben. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal das Dach fertig. Das kann man ja mal machen. Der alte Intro-Song. Ja, wo wir jetzt gerade bei dem Thema Intro sind. Und ich habe mich mal ein bisschen an ein neues Kanal-Banner herangesetzt. Da es ja jetzt möglich ist, ein GIF, also so mehr oder weniger Bild-Animation, hochzuladen als Kanal-Banner, habe ich mich mal herangesetzt, mal versucht. Es sah ganz gut aus, aber ich habe mich mit meinen Freunden da zusammengesetzt, gefragt, was die davon halten. Und sie haben gesagt einfach, ja, das alte Gif ist mir besser. Ich habe jetzt bei dem, also beim jetzigen, also bei dem jetzt immer noch alten, das, was mich daran gestört hat, das war theoretisch nur ein Schriftzug. Der Hintergrund einfach so aus Minecraft genommen, mit Shader halt. Und halt die Themen, die an meinem Kanal kommen werden, oder kommen, halt so, ja, einfach draufgeklatscht aufs Banner. Ja, das fand ich aber, selbst aber auch geil, deswegen habe ich ja gemacht. Nur gerade deswegen, weil es halt nicht vollkommen selbst gemacht ist, ja, habe ich mir gedacht, komm, vielleicht mal was Neues und mal so ein bisschen was Aktuelleres, weil dann habe ich auch, ich hatte drauf halt den Namen, also YFPS, wisst ihr ja, halt selbst gemalt, alles mit GIM, BAM, Mapping draufgehauen und der ganze Scheiße. Ähm, halt selbst gemalt, so ein Graffiti-Style war das eher. Dann halt, äh, geschrieben, 15 Uhr GAMETIME, weil ja die Videos immer um 15 Uhr kommen. Jo, und dann halt, anstatt die, ähm, ja, sagen wir mal, Schriftzug oder bisschen das Logo von dem Spiel, was kommt, einfach so dann Ausschnitte, so ein kleiner Bildausschnitt, so schräg, gezeigt von den verschiedenen Let's Plays, die halt gerade laufen. Ähm, zum Beispiel jetzt war, war da LOL, dann war einmal TechEd, und es war, was war es noch, Schnauzevogel, äh, Schnauze habe ich gesagt, ich bin gerade am Erzählen. Ähm, also, LOL, TechEd und ein scheiß Vogel, ich weiß es nicht mehr. Ähm, also, ich habe jetzt Holz noch übrig, das habe ich doch genau ausgerichtet. Das war, äh, und Happy Wheels, genau. Was? Ach, genau, hier hat nur den Koppel drin, ich war, weil ich war gerade schon verwirrt, ey. Wir könnten ja theoretisch mal anfangen, als das Zeug zusammen zu crammen, für unsere Query, Leute. Hier, das müssen wir mal machen. Aber erst, jetzt will ich jetzt eine Axt. Eine Axt of Bananierung. Das wird langsam knapp, Freunde. That wet egg. Oh, jo. Schlag. Ah, mama miau. Nice, it's liovi. So. Mehehehe. Und mehehe. Cools. Ja, wir haben 12 Baumfarben, aber wir müssen trotzdem, ja, wir müssen nicht, äh, ich fahre mal trotzdem noch Holz weiter, da die halt nicht noch, äh, schon, äh, 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 da die nicht im vollen Ausmaße läuft. Und das, was wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauert. Hey, und hier oben scheint, äh, äh, da, äh, das, äh, ja, scheint hier oben auch besser zu wachsen. So waxed besser. So. Sieht's. So, 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 so. So. um um für die folge achten hoch sowie leute bin heute sind jetzt verpeilte so aber klar wieder brauchen wir engines ihr ach so so Prozent Sterling Kompass Sterling Sterling das sind die Koppel Engines genau die Probe für die Kohle so Huch Leute, da bin ich anscheinend voll auf den Aufnahmeknopf gekommen Huch die Tuch? Wo waren wir denn grad? Ich hab grad bisschen weiter geredet, mir ist dann aufgefallen, dass die Zahl oben links im Ecken nicht mehr rot, sondern gelb ist Ach genau, wir waren da, wir haben bei den Combustion Engines aufgehört Nee Sterling Engines Ja, was haben wir hier? Ah, wir könnten ja theoretisch auch mit den arbeiten Oder den Blue Electric Engines Steam Engines Was brauchen die denn? Steam Engines Ok Muss ich immer nochmal genauer gucken Gehen grad nochmal pennen und töten grad mal noch eine Kuh So, ähm, eine Kuh Moment, erstmal nochmal paaren Er schon mal richtig schälen Insist 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 Jo 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 Schlag Schlag Liebt euch Schlag Leder 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 Jo, Tropf einfach gar nicht so arsch Du Arschkuh Leder Da ist noch eins Perfekt So 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 Und Das ist für dieses Für Dimensional Doors Mod, glaub ich Mit dem ich aber nicht arbeiten werde, da ich, äh Irgendwie gehört hab, dass dieser Mod schon sehr viele Welten irgendwie zerstört hat Durch Keine Ahnung was Eieieieieieiei Ja, so So Und Ich hab Wenn ihr jetzt denkt, ja, das sitzt dann nackt vom PC, nein Ich sitze nur noch in Klamotten vom PC, hab aber nur Strümpfern, deswegen geht das also mit Schuhen, das wir wissen problematisch Ich spür, gehöre nicht zu der Sorte Let's Player, die nackt vom PC sitzt Spätestens dann, wenn ich mit Facecam aufnehme, würdet ihr das hier sehen Oder auch nicht Hätte ich ehrlich gesagt nicht vor, aber die nächste Zeit mit Facecam aufzunehmen Und das, das stört mich nämlich total, ich excel das dann immer Aber Leute, ist auch schon wieder Zeit, das zu beenden Also würde ich sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Mal Ciao Tschüss